Musik Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Agario. Oh Mann, und ja, ich habe jetzt ja schon ewig keine Agario mehr aufgenommen. Und ja, steigen wir mal auf den Server rauf und sind direkt tot. Das fängt super an hier. Ich muss mal darauf achten, dass ich nie immer in den Steuerkreis... Steuerkreis ist ja nicht... Steuerkreis ist nicht in die Mitte zu tun. Und ja, also es war schon ein bisschen unübersichtlich. Das war jetzt auch gerade echt schlauer, die war da unten, ne? Mir war eine Kugel an den Kopf schließen, so. Spacken. Okay. So. Blau ist heute meine Stichfarbe. Mit der werde ich riesig groß, sag ich euch so. Mindestens 2000. Bis jetzt ist ja noch weit und breit nichts zu sehen. Und da haben wir Russland gegessen. So. Hier sieht es auch gut aus mit viel... Ah. Ah, es kann. Okay. Hier sieht es auch viel, ähm... Gems, oder wie heißen die? Viel Materie, viel Fresszeug. Mal schauen, sind wir schon bei 100? Hatten sie kommen? Ja, wir werden riesig groß. Komm hier hin, den neulich. Ja, hauptsache ich muss jetzt erstmal von dem anderen Russland fliehen. Das eine Russland nur irgendwie besiegt haben. Doch das große, das ist keine Weißrussland. Aber das ist das Richtige, das große Russland. Da haben wir keine Chance. Nein, Spaß, so. So. Ich darf kein Fall von mir irgendeinem Pinken gefressen werden. Das wäre schon ein bisschen peinlich. Und gleich sind wir schon 200 groß. Das läuft auf jeden Fall. Meistens ist es hier bei mir so, wenn ich den ersten Fall kackt habe, dann wird es nichts mehr. Aber irgendwie ist es so diese Runde, das ist jetzt nicht so der Fall. Das läuft. Guck mal, die Pinken, da. Den könnte ich doch locker kriegen. Und ASK und alle. Aber es sind alle viel schneller als ich. Mami. Ist das unfair? Wieso man hier denn was reißen? Okay, das ist zu groß. Großland. Okay, ja, gut abgelenkt. Das kriegt man hier nicht mehr. Aber wenn er sich wieder vereinigt und sich dann teilt, dann bin ich gut. Ich bin ganz klein. Ich bin... Ich bin noch so jung. Ich bin noch so jung. Komm schon. Nein, 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 nein. Keine Chance, keine Chance, keine Chance. Keine Chance, keine Chance. Ich bin noch hoffentlich bald wieder vereinigen. Vereinigungen gegen... Können. Vereinigung, wie die redig. Das ist der Gelbe wieder. Ich glaube, es ist ja nicht mehr so. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Ja, 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 okay, okay, ist die Klaus? Ja, okay, sieht schlecht aus. Tschüss. Ich liebe dich weg, bitte tu mir nichts. Als ob. Als ob. Als ob. Als ob. Ja, als ob. Das geht auch gar nicht. Das gibst du nicht. Was? Wie knapp war das denn? Alter. Uh, läuft. Richtig schön da durchgeschlängelt zwischen denen. So, jetzt musste ich mich teilen, da dachte ich schon mindestens einmal in meiner Teile würde gefressen werden. Dann wurde nicht einer gefressen. Und ich war die ganze Zeit in dieser Ecke da vorne gedrängt. Und dann... Ach, es war einfach... War solide. Kommt ihr, kommt ihr, seid eure Freunde. Buben. Interessanter Name. So. Wir schaffen wirklich 2000. So fühle ich mich gerade. Wahrscheinlich werde ich gleich gefressen. Aber das war, das war gerade echt heftig. Ich muss einen Platz überlegen, hier. Einen 12. Platz. Das heißt, es gibt nur wenige, die uns fressen könnten. Ah, schon wieder mache ich den Steuerkreis in die Mitte. Komm, ouch. Boah, durch eine Nummer Aktion will ich jetzt nicht. Boah, ich werde auch... Es werden auch gerade gar kein... Gar nicht mehr Punkte. Kein... Gar kein... Höherer Score mehr. 456 und dabei bleibt es. Komm, das muss doch jetzt mal langsam größer werden, hier. So, ich bin nicht so der Typ, der sich so oft teilt, aber... Ich wäre es ja gar nicht mal so unnützlich. Prozent Nr Nrk hätte er klappen können das nicht geklappt die Hälfte der Jauer und die Stoffdrucken vorsehen Naja, hätte ich mich immer geteilt. Manchmal teilen sie doch ganz schlau. Ich denke dann so, ja, dann bin ich jetzt kleiner. Dann sterbe ich. Hm. Naja. Äh, schau dir. Okay. Du, da, komm her. Ey, guck mal, der denkt so, ach man, dem ist eben einmal. Fliege ich mal in den Reihen. Schon sind wir bei 600. 100. Und jetzt belegen wir den 9. Platz. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Schlecht. Fixe PvP, rock, agario. Fürs Handy. Kommt, diesmal das war, das war knapp. Und sinnvoll war es, ah, okay, alles klar, okay. Geil. Alter, ey. Was war es denn jetzt gerade eben für eine Runde? Orange. Stichfarbe. Oh, was war das denn jetzt eben für eine Runde? Das war ja schon ein bisschen krass. Das ist dieses, wo ich überlebt habe. Und dann kam unten noch dieses Alienviech. Und oben war noch zwei viel größere und ich hab mich da zu schnürig geschlängelt. Tja, ich war voll gediggert. Und dann wird mir doch auch gefuttert. Wow. Hey, großer Bruder. Was ist das so? Alter. Okay. Kein Kommentar. Ey, ey, ey. Alter, diese kleinen Kugeln sind so groß. Die könnten mich fressen, wenn es andere Kugeln sind. Was machen die denn da? Was soll denn der Mist hier? Alles klar. Alles klar. Gar nicht voll. Oder so. Schon wieder den Steuerkreis in der Mitte. Ich gewinne. Eh nicht. Hey. Du bist aber ganz schön groß. Was hast du denn so große Bälle? Ich meine, Zellen. Mann, da hab ich mich mal versteckt und wurde trotzdem aufgefressen. Der Filmwerbung. Ja, ganz am unteren Andel der Welt. Am unteren Ende, ja, gespawnt. Das heißt, wir gewinnen jetzt eindeutig. 100%ig wahrscheinlich. Aber wir sind ganz viele Jams, Punkte. Scores. Und ein Sir. Der mich aufgemampft hat. Aber jetzt hab ich kein Glück mehr, Mann. Das Glück war in der zweiten Runde, nicht in der ersten, wie sonst immer. Das ist mal eine ganz, ganz kurze Folge hier gewesen. Hauptsache mal wieder Agarjo. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Ich wusste schon, wenn es euch gefallen hat, dass ich gerne eine positive Bewertung da. Und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein, würde ich mal sagen. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.